Liebe Zuschauer, ich stehe hier gerade auf den Kolonnaden des Petersplatzes, während Papst Benedikt unten seine letzte Generalaudienz abhält. Es ist ein historischer Moment und dementsprechend sind hier oben auch die gesamte Weltpresse versammelt. Diverse Kameramänner, Kamerafrauen und Moderatoren und Aufsager stehen hier oben versammelt und beobachten von weit oben den Blick auf Papst Benedikt. Es ist super spannend hier und wir werden weiter für Sie berichten. Vielen Dank.